hallo hallöchen da bin ich wieder und ja ich hab meine kamera nicht eingeteckt so da bin ich es noch nie mal mein eis weil ich mir so das ist besser. Mal gucken was mir bleibt. Ein Roma würde ich behaupten. Hm. Hm. 10 Sekunden Ich weiß nicht, was soll ich denn nehmen? Hm, auf den Support Hm 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 Ja, der, das ist Nekro, der Weil Weil Nekro da und So 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 Manch Leute Loser gegen Sieg Mach er natürlich nicht Slack Ich hab die erst hinterher genommen. A new chapter in my black grimoire. Whatever. Hmm. Hmm. Okay. And we're on the way. Oh, yes. Oh, Junge, Junge. MTS. Kann ich das da überhaupt rauskopieren? Ah, fuck. Könnt ihr mir das nicht so schreiben? Weiß ich nicht, wo die scheiß Taste ist. Kann ich das auch tun. Mit TH. Oh. 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 D. Oh, ich hab's voll verpeilt. Okay. Shit. Blöder TS hat so lang gebraucht. Ja. Und jetzt wird's halt verrecken können. Ich hab einen größeren Grundstuhl. Du kriegst mich nicht. Ja dann. Kann der fucking Kurier funktionieren? Ja. 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 Leck. Ja. 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 Das heißt ich spiel ne. Solo. Land. Okay. Ja. Ja mach ich. Ja, mach ich. Okay, ich muss mich beilen. Mitte läuft soweit gut, ich hab seinen Ward-Kitty gewollt. Vielleicht im Level soweit da ich ihn ausdenaien kann. Wo ich Level 3 bin, sollte ich eventuell sogar ein Solo-Clap hinbekommen. Da ist halt einfach kein Stouch, ich kann einfach aus der Landrechts klicken. Ich weiß nicht, ob ich die kriege. Wird knapp. Kannst probieren. Hm. What? Ich hab den Ferry fired. Ich hab den Ferry fired. What? Ich hab den Ferry fired. Okay, okay. Hm. Das war weird. Ja. Ja. Der Niko bewegt sich kein Stück. Das nervt. Ja, der ist auch schon wieder raus. Vor allem nicht mit der Offlane. Das war's. Fuck, ich bin tot. Das gibt's nicht. Ranked Warlock. Eigentlich heute nicht. Was benutzt er denn? WLAN oder was? Er sagt mir, dass es keines dieser dritte Weltkinder das über einen Hotspot spielt. Junge. Missed und hittet ein Icon. Oh fuck. Putsch war übrigens bei mir. Oh mein Junge. Oh, den hab ich auch in den Feld. Putsch ist hier oben. Putsch ist hier oben. Ich weiß ja nicht, was er da unten vorhatte, aber... Da geh ich jetzt nicht in die Hupen klauen. Da beklaut die Runen. Oh mein Junge. Oh mein Junge. Summon. Ja. Pitched Battle. Machen. Meine Fresse ey. Ah, shit man. Jetzt bin ich tot. Mäßes Licht durch und durch gegangen. Fuck. Shit, man. Verdammte Axt. Der Putsch ist doch schon längst wieder... Niko ist nicht gerade eine Leuchte. Guck auch nicht. Er ist eigentlich mehr ein Romer. Weil meine Wände dort zufen. Oh mein Junge. Er... Mann... Wernst du das? Das können sehen, wenn ihr nur eine Leuchte geschätzt... Hopefully... Nein. Mörst du mit mir nicht, wenn ich nicht mehr... Oh mein Junge. Sagen. Oh mein Junge. Oh mein Junge. Ich bin über deinen Geist. Ihr Tuck Tower ist untertackend! Ist das ein Mirage? Karabos Karakas Der Smoke! 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 Wir brauchen mal dringend Worts! Wir spielen da komplett blind! Wo sind unsere Worts alle? Ja, ich wollte gerade einkaufen um dir einzugehen, oder für mich? Ich...ja ich weiß, ich hab die, aber das Problem ist, Ich bin gerade...solo oben... ... 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 Oh, ist wieder raus. Ja, fuck. Falschen. Ich hab noch, aber... Shit, man. Shit. Oh, Mann. Ich hab den grad erst bekommen und ich hatte grad so das Mana dafür, Alter. Das war so fucking knapp. Ja. Ja. Das ist perfekt, dass ich dann... Genau. Hör uns einfach den Patschen wieder. Ich würde jetzt wieder Harald spielen. Wunderbar. Wann schon? Rein mit damit. Nein, die Kriege. Ich kann nichts machen, Chaos ist Level 7. Ich kann den nicht sugern. Ich kann halt nichts gegen ihn machen. Der zieht mich rein, stunnt mich, bin ich tot. Ich kann auch aufpassen. Ich kann auch aufpassen. Nein, irgendwie haben wir mich an. Ja, nein. Wir sind über Level 6. Was denn? Ja, das ist aber schwerer. Was? Ich hab's gebeten. Ich hab's gebeten. Ich hab's gebeten. Oh, jetzt hab ich schon. Jetzt hab ich schon gebeten. Oh, jetzt hab ich schon gebeten. Wissen wir da irgendwas? Auf geachtet. Ich weiß noch, dass der Typ Level 8 ist. Ah fuck man Ich hab ein bisschen beinah bekommen Was? Na ja, hat mehrfach versucht und hat immer noch lag also wird wohl nix werden Kriegen, Kriegen, Kriegen Ich muss einfach nur zuerst mit Void Chronos maximalen Schaden machen Drupalade fertig Warte, haben wir zuerst gerade? Da da? Aufpassen unten, ich nehme jetzt erst den Mitte oder danach will ich nach unten kommen Okay, wir sind hier unten zu dritt Faddle Bonds hab ich gerade noch drauf aber Der hat übrigens schon ein Armleid Ja, das ist die Kiste ziemlich fett Ja gut, das gab gerade Gold für mich Ja Mehr als ein Solo-Kill hab ich auf nicht hingekommen Der kunkert Paceboot und nicht der kunkert Paceboot unter mir Also Sore Stärke ist versinnlich Ja, aber Sikir ist das Problem Was? Da werden wir doch Verdebt Wir haben auch Warns Wir sind auch gut Warns 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 Wann sanc klar Der wird auch unsere Seite oder der nicht Der Pages attraert keinen Ulti Ja, aber Zeit auf dich So, CK hat mich gesolot mit Right-Clicks. Okay! Hier, mein Bot. Ich könnte halt nicht einfach dauernd in diesen CK reinrennen, what? Du sollst beim Team bleiben und nicht solo rumlaufen. Ich wollte gerade die Rune holen. Außerdem habe ich die nach oben noch nicht gesehen gehabt die ganze Zeit. Bei dem ist ein Problem. Parch. Ich bin auf dem Weg. Parch kommt. Ja, ich bin auf dem Weg. Ja. Ich bin auf dem Weg. Ja, ich bin auf dem Weg. Parch. Ja, ich bin auf dem Weg. Ja. Ja. Ähm. So. Wieso kriege ich den scheiß Golem nicht kontrolliert? Wollen wir einfach falten hier? Ja, ist recht. Wo will? Den glaube ich. Na, 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 na. Oh, quatsch. Stimmt. Wo? Ja, das ist von der Gnade. Ja, das ist von der Gnade. Komm, 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 komm. Schau, schau, komm, komm. Woh, noch? Woh, noch? Woh, noch? Ich hab 4 Rates. Oh, ja. Ich hab Probleme mit Chaos und... Okay. Hier ist kein Rock mehr. Oh, shit. Oh, shit. Ich weiß nicht wo, aber irgendwo haben die da einen aufgestellt. Nein, du musst einfach nur die vernünftige Kronos setzen. Das ist ja eigentlich gar nicht. Scheiße. Wollen einfach die Weiber von Frieden wollen können. Äh, Putsch, Putsch, Putsch. Shadow, komm mal hoch zu Putsch. Der ist gleich los. Oh, ich mach's gut. Oh, ich mach's gut. Hm. Ich kann mal weglaufen. At my command. Hey, Viper. Ja, gut. Hey, Viper. Woh, nee. Wuff, Viper, please, wuff. I should stay there, we can't stay there. Ow. Oh mein Gott, gelitten hier. Es ist immer noch Battle for the Dude. War ein schlechtes Bild. Ach so. Komme ich noch rechtzeitig zu denen? Dann nicht. Ja. Warte von Holen, German. Ganz so schön. War mir klar. Die haben hier schon drauf gewartet. Die sind hier. Ach, bald. Da haben wir vielleicht gute Krono kriegen, kann man den Ventus sehen. Junge, 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 Junge. Das ist das Voidbild. Verkoppelt uns halt einfach zu Tode. Wieso? Wieso? Meine Fresse, was ist das denn? Ja, dazu dann noch, dass der Offlaner geleckt hat. Du reporte dich, Negru. Wenn du irgendwo mitspielst, dann sagst du zu, dass dein Internet verdammt noch mal funktioniert. So, das kann man zuvor nach rausfinden. Du kriegst sogar einen fucking Weiß. Du kriegst auch bewusst in Kauf, dass es da im Spiel, da im Spiel, da im Spiel roniert. Probe die Viper schnell platt. Fuck. Fuck. Fuck, aufschreiben. Kauf du mal die normalen, wo das Vodok... Oh, Juss... ok a new page a new page book of shadows i command it avowed hear my word and the power of goroth i go come on come on come on that's good Oh no, ich brauch oh no, ich bin nicht Einfach so verdammt schnell offline, das ist unglaublich, ich kann mich einfach outrunken Lass den Tier 2 bitte nehmen Nein, ich habe den Punkt von Anfang an gesehen Ultimate Orb, okay Ah shit, nicht der Optimale Karam Ward So By my demon staff By the power of Goroth Avowed Ja, ich sehe ihn Ah, verdammt Blink, okay Indubitably Ich wollte mich oben ganken Ich bin hier eingelaufen Er hättet bot pushen sollen Bleib mal bot platt machen Keine Vision Bleib mal bisschen dumm Um Er muss hier anpassen Ich bin am beeilen, aber ich bin nicht schnell genug Mach was du machen kannst, ansonsten Shit Nein Ich bin mir im Keine Augen Ich bin ein Ich bin die Lachen Und ich bin da Lachen Und ich bin da Ich bin da Ich bin da Warlock, also wir haben mit Abstand einige der stärksten Lategamer, die wir uns hier skippen. Wir haben auch was. Warlock ist ein verdammt starker Lategamer, Shadow Shame ist ein verdammt starker Lategamer, und Warlock ist der stärkste Lategamer, die wir uns hier skippen. Und Mitte. Ich kann mir nicht mehr weg. Ich weiß nicht, ob das der richtige ist. Ja, bist du richtig. Shit, man. Oh, ich hab die Fatal Bonds noch bekommen. Ich dachte, ich hätte die Fatal Bonds nicht mehr bekommen. Komm schon. Ja, ich war gestunnt mit dem Golem. Oh. Das ist ohne Weiber. Beweiber. Wut ist es. Paffing? Oh, das ist Paffing. Hier wird eigentlich ohne Fighter. Your middle tower is under attack. Dark Interval. 5 Sekunden. Wäre ich früher da gewesen, hätten wir Fatal Bonds gehabt. So. Genug für ein Scepter. Einfach mal nebenher. Summoned forth. No blue Scepter. I command it. I command it. Lass mich den Wort aufstellen hier. Indubitably. So. So. Seeker top. Komm. Muss nicht unbedingt, aber. Ist das schonmal nicht woanders. Also ich hab meine Ulti nicht, ne? Ich komme, ich komme, warte auf mich Massiv schau Wir haben hier rot Kalt, bitte Bitte, 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 bitte Arbeit Rutsch Was? So So Bisschen gedauert Wollte ich Wollte ich, ging nicht Keine Ahnung warum Beut, du musst echt mit deinem Solo-Place aufmachen Du machst das die ganze Zeit und du stippst jedes Mal dabei Auch mit dem scheiß Team Genau solche Places, wo wir spielen gehen Hat er dich gefingert? Nee, hat er nicht Okay Wir haben noch Ich komme, ich komme, ich komme Parch ist in der Mitte Soll ich meine Nee, brauche ich nicht Ich habe mich nicht schauen Oh Okay, da haben sie einen Watch stehen Ich habe auch gewählt Das sehe ich auch kalt leider Ja, ich habe auch Da habe ich auch versucht zu debauen Bin schon auf dem Weg Ich habe das mal zuerst für gleich Roshanen und Roshanen aufstellen Da mache ich mich kurz was Ja Ja Sollt ihr bitte Bitte, Volt, Wottens Ich bin 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 Wir Wir sind Wir sind zu dritt oben Woller macht ein Shackle-Poppelinkend, Shalman Shackle missabled ihn Poppelinkend Poppelinkend Nö, Poppelinkend Okay Hast du mich hin, Woller? Ich mach den Rorsch fertig, ne? Ich mach den Rorsch fertig, ne? Ich mach den Rorsch fertig, ne? Ja, mach den Rorsch fertig, mach schnell Ich mach den Rorsch fertig Ich mach den Rorsch fertig Ich mach den Rorsch fertig Haltest du? Oh, okay, das war Nilo Aaaaaah 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 Jaa, das wusste man schon Pfff Pfff Du verstehst nicht, wenn einfach Boyd endlich mit uns spielen würde und hier gewesen wäre Das dumme Solo rumge-Tour hat und seit das Spiel verloren Bisschen Rorte Dann bleibt aber jetzt das Wichtigste in sich halten Nein, du bist Wottem zum Farmen gegangen und dann ist im Nachhinein gekommen Waffe abhauen, oh shit, das ist lang gedauert. Wow. Nix. Außer mein Slow, aber der könnte ich vielleicht gerade... ...komm schon. Wir haben Fatal Bonds drauf. Ah, komm schon. Und die Fatal Bonds haben ihre Arbeit getan. Das hätte ich jetzt auch langsam gerne gemacht. So weit, du bist alle ernsthaft. Aber erstmal will ich den da... ...blickdecker, wenn ich wegkomme. Hm. Nicht schlecht. Sehr schön. Ah, warte ich, er komme und halte ich? Ja, mach mal raus. Stun hier wird nicht reichen. Ich brauche 2000 AP. Lass zurückgehen, lass zurückgehen. Das ist jetzt hier nur ein scheiß Wort. Oh, da war ein Kunker. So. Ich würde ja so gerne Satanic oder sowas gehen. Ich brauche einfach den Damage. Indeed. Und dann wird es wieder ein Leid, die ich irgendwie angehen wollte. Einfach keine Ahnung. Ah, okay. Bunchies. Okay. Ich bin auf dem Weg. Jetzt weg. Schön, dass wir kamen. Sekunde. Klappt doch. Was? Golan. Keiner. Keiner. Ich bin auf dem Weg. Ich habe ihn gekannt. Ups. Oder nichts, ob er... Hauptsache, er ist dead. Oh nein, noch nicht, by the way. Ist der Golan bereit? Ist das mein Impa-Hero einfach, oder? Unglaublich. Warlock ist auch ein geiler Hero. Warlock ist gerade im Moment einfach komplett... ...dread-compact. Das fällt mir jetzt erst mal auf, dass ich auch gerade... Was? Das... Das von Warlock hier. Das ja ist das. Ja. Ja. Oh, der hat die Hand dann gut abgetrissen. Upsa. Achja, das habe ich auch noch. Ich tank soweit. Ach, das ist die, die sich heilt. Aber egal, wir haben eine Rangetracks bekommen. Und ich arbeite an den anderen. Also an den Racks arbeite ich gerade noch. Der kriegt mich erst mal nicht klein. Der macht überhaupt keinen Damage gegen die. Das ist so krass. Ja, physisch ist jetzt aber... Die war gerade eben noch voll. Das ist der Hammer. Na ja, gut. Ich habe jetzt meinen... Ich habe auch meinen Refresher, also. Mein Damage ist gerade von offiziell zu absurd gegangen. Na komm, Viper. Du hast bisher immer wie so ein richtiges dummes Spielschweiß die Toplaner ausgepusht. Enttäuscht ihn nicht. Ach, oh Gott. Den nehme ich auch. Blickspiegel mit der Aushalt. Das war gerade 3000 AP, by the way. Ich fehlen Amor. Oder mehr. Ja. Nicht schlecht. Ich habe, ich glaube... Was kinder noch ein. Hast du den Kronon eventuell gleich, wenn ich da bin? Krono? 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 Ja. 5000 AP Chaos Night. Tschüss. Klingt gut. Ich habe 5 auf meinen Ulti. Ne, da war einer. Der ist eigentlich relativ irrelevant. Vier Stück. Gibt es noch traurigrangehen? Den Master preciso aus und dagegen bearbeiten und wird. Wie Lieber absorbieren? Elas entlingt gut. Oh, eh noch Barracks. Hoppla. Junge Mann, ein Ward hätte mir noch gefehlt. Verdammt Angst. Verdammt Angst. Verdammt Angst. Geht doch. Hm. Lass dich nicht. Ja, spannend. Ich hab' sie gerade zu machen. 66 KD, 4's Goodman. Ich hab' nur 20, ich glaube grob. Oh, okay. Die Wipe war richtig witzig, wie sie im jeden Fall hat. Ich hab sie zweimal gilt und sie war'n Dats. Aber. uns fehlt immer noch ein mann dann mal gucken okay das war meine oder grunde ich noch mal aufschreiben